Sven Giegold, neben mir. Sven, zum 25-Jährigen von Mehr Demokratie. Was fällt dir dazu ein? Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich glaube, es gibt wenig Vereine in Deutschland, die so viel erreicht haben wie Mehr Demokratie. Ich bin deshalb auch stolz, Mitglied zu sein und finde, dass euch nur noch die Krönung fehlt, nämlich dass es letztlich auch einen bundesweiten Volksentscheid gibt. Und als Europaabgeordneter wünsche ich mir natürlich noch mehr Democracy International, noch mehr Engagement auf europäischer Ebene, denn die Europäische Bürgerinitiative ist auch ein toller Erfolg übrigens von Mehr Demokratie, aber es ist erst der Anfang zu direkter Demokratie in Europa. Bis zum nächsten Mal.